It's a beautiful day, feel so loud, scream out loud, it's a beautiful day, beautiful. Ja, fit in den Frühling heißt es jetzt und jetzt sogar mit doppelt starker Bedeutung, weil wir können uns fit machen, zu Hause mit einfachen Geräten und uns auch die Zeit vertreiben. Und das ist doch schön, wenn man das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Und im Moment fällt uns, glaube ich, auch Ihnen zu Hause die Decke ab und zu mal auf den Kopf. Da ist es so schön, wenn man auch mal auf den Balkon kann oder sich auch mal sportlich betätigen. Und in dieser Sendung werden wir Ihnen Sportgeräte zeigen, die Sie mobil halten, die Sie trainieren, vielleicht sogar noch helfen beim Abnehmen. Und das sind wirklich Spitzenprodukte unserer absoluten Bestseller. Und welche das sind, das stellt uns jetzt Anne-Kathrin vor. Ja, momentan gibt es ja im Internet ganz viele Homeworkouts, also das Training von zu Hause aus, das boomt ja, das ist ja wirklich super beliebt. Aber machen wir uns nichts vor, so richtig Spaß macht das ja alles nicht, weil dann trainiert man eine Stunde, zwei Stunden und hat dann auch nicht die passenden Geräte zu Hause. Und ich habe heute drei Vibrationsplatten mitgebracht. Und da reicht es vollkommen aus, zehn Minuten täglich zu investieren. Und wissen Sie, was das Beste ist? Es macht auch noch Spaß. Und das ist ja eben, wir sollen ja den Humor nicht verlieren. Es soll ja Spaß machen. Gerade jetzt in dieser Zeit müssen wir da auch ein bisschen zusammenhalten. Und wir können ja jeden Tag auch so ein bisschen zusammentrainieren, denn unsere Vibrationsplatten sind immer sehr stark nachgefragt. Und als erstes möchte ich Ihnen unsere bekannte und auch sehr beliebte Vibrationsfußplatte vorstellen. Und die ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das beliebte Vibrationstraining, das kennt man ja von den Vibrationsplatten, aber jetzt explizit für die Füße. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, gerade wenn Sie schon Gelenkprobleme haben. Wir kennen das Schmerzen in den Gelenken, in den Knien, vielleicht aber auch durch Blutungsstörungen, schwere Beine, müde Beine, vielleicht auch Krampfadern. Sie kennen das vielleicht. Und dieses Training sieht alles andere als anstrengend aus. Ist es auch nicht, denn Sie stellen einfach Ihre Füße auf diese Vibrationsplatte. Und jetzt sehen Sie das, die Füße, das hat jetzt zwei separate Platten, die vibrieren. Und die können jetzt eben dabei helfen, um eben mal schwere, müde Beine und Füße aufzulackern. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, denn wenn wir zu viel sitzen oder vielleicht zu viel stehen und dann auch noch das falsche Schuhwerk tragen, und das ist bei 90 Prozent der Menschen leider so, dann merkt man das ganz, ganz häufig in den Füßen. Und hier stellen Sie die Füße einfach nur drauf und stellen dann Ihre Wunschgeschwindigkeit ein, die Intensität. Und da haben wir entweder eine Fernbedienung. Sie können das Ganze aber auch hier direkt am Display steuern. Und das direkt vom Sitzen aus. Sie müssen nicht mal mehr aufstehen. Denn viele unserer Kunden, die bereits zugegriffen haben, machen das direkt vom Fernseher aus. Kann man ja auch machen. Ja, natürlich. Ehe auch unter dem Bürostuhl oder unter dem Schreibtisch kannst du das hinstellen und jederzeit lockern lassen. Ich muss sagen, unglaublich angenehm. Und ich spüre die Wirkung auch wirklich bis hoch in die Oberschenkel und ganz weit weg von Einschlafen oder Ähnlichem. Nein, hier wird alles mobilisiert. Hier wird alles in Bewegung gehalten. Und das einfach nur durch diese Vibration auf beide Beine. Man kennt dieses Prinzip vielleicht auch vom Fußball. Wenn man sich so an die letzten Spiele im Pokal erinnert, in der Verlängerung, in der Halbzeit, wenn dann die ganzen Physiotherapeuten kommen und die Muskelnatur der Sportler hier lockern. Das Ähnliche passiert hier, wenn Sie da hinsitzen. Da sehen wir es am Schreibtisch, so wie ich gesagt habe. Aber gerne auch mal unter dem Tisch, unter dem Sofa, wenn man auf dem Sofa oder auf dem Sessel sitzt. Weil das ist sehr, sehr entspannend. Und für wen das auch mit Sicherheit hilft, ist Menschen, die ab und zu mal nachts Wadenkrämpfe haben. Also hatte ich früher nämlich auch. Und ich muss sagen, seitdem ich das ab und zu mal mache, ist es bei mir weg. Also Wadenkrämpfe ist das eine, das stimmt. Mir schlafen ganz häufig dann auch wirklich die Beine ein. Ich wache dann wirklich in der Nacht auf und ich merke meine Beine nicht mehr. Das ist ganz furchtbar. Liegt natürlich daran, auch an meinem falschen Schuhwerk. Ich gebe es ja zu. Man kann ja die Füße trainieren, aber es ist halt immer irgendwie so ein bisschen, das macht nicht so Spaß. Aber hier müssen Sie nichts machen. Hier werden Sie trainiert. Schauen Sie mal, Ralf hat die Füße einfach nur draufgestellt. Das muss man nicht mal mehr in Sportsachen machen. Man kann das zum Beispiel auch direkt mit den Schuhen machen. Man kann es aber auch barfuß machen. Auch das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Oder in den Socken. Und das ist wirklich wichtiger denn je. Denn wenn wir uns jetzt weniger bewegen, dann ist das natürlich auch so, dass die Blutzufuhr gestoppt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir etwas für unsere Füße tun. Denn wenn wir zu viel sitzen, dann schnürt das die Arterien ab. Und das sagt auch die Apotheken-Umschau, wie gefährlich und wie schädlich sitzen ist. Und das sehen Sie mal hier, hat die Apotheken-Umschau darüber geschrieben, langes Sitzen fördert Krankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechsel-Erkrankungen, Diabetes, wird gesteigert, das Risiko. Oder eben die Thrombose, also die Gerinnsel. Die können eben hier das Blut nicht mehr richtig fließen. Und da bilden sich dann diese kleinen Gerinnsel. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Thrombose, das kennt jeder. Da gibt es ja auch diese Thrombose-Strümpfe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Füße trainieren. Und schauen Sie mal, das geht hier ganz nebenbei. Sie müssen dafür nichts tun. Die Platte macht alles für Sie. Das, was Sie lediglich machen, ist hier eben einzustellen, welche Intensität Sie wünschen. Das können Sie auch direkt mit der Fernbedienung machen. Und das betrifft jeden. Das ist nicht nur eine Sache des Alters. Auch jüngere Menschen eben dadurch, dass wir auch häufig falsches Schuhwerk tragen. Heutzutage ist das ja so, dass wir das Schuhwerk danach auswählen, wie es aussieht. Nicht mehr wie bequem es ist, sondern wie es aussieht. Und das ist eben ganz, ganz gefährlich. Und wenn auch Sie schwere, müde Beine haben, Krämpfe, Muskelkrämpfe, Wasseransammlungen oder eben auch hier durch Blutungsstörungen, kleine Gerinsel, Thrombose, Krampfadern, dann ist das genau das Richtige für Sie. Und jetzt kommt ja auch der Sommer, wo dann vielleicht auch wieder mal eine kürzere Hose getragen wird oder mal ein Kleidchen, wo man dann auch eben schöne Füße haben will, schöne Waden, schöne Beine. Und da ist das eben genau das Richtige, nicht nur, um eben unsere Muskeln zu beanspruchen, sondern eben auch mal aufzulockern. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was häufig auch unterschätzt wird. Stimmt's, Ralf? Ja, mit Sicherheit. Da muss man etwas tun, auch für Menschen geeignet, die gar nicht mehr so gut zu Fuß sind. Da kennen wir auch, wir haben das vorhin gesehen, Gehhilfenstock oder Rollator. Und da ist ja anderes Training fast nicht mehr möglich. Viel Laufen natürlich, aber das wird jetzt auch minimiert durch die Ausgangsbegrenzungen, die wir haben. Und dann ist es wohl das Einfachste, sich trotzdem ein bisschen mobil zu halten mit dieser Vibrationsfußplatte. Ich muss sagen, es ist zu 100 Prozent angenehm. Und wir sind hier ja auch viel auf den Beinen und haben dementsprechend gestresste Beine. Und gleichzeitig sitzen wir aber mal wieder. Und dann, Sie kennen das auch von langen Sitzen, wenn dann die Oberschenkel so langsam müde werden, weil eben der Blutfluss nicht so richtig funktioniert. Hiermit minimiere ich diese Nebenerscheinungen. Ich lockere meine Beine, aber gleichzeitig halte ich auch meine Gelenke mobil. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Und der Preis ist klasse. 85,45 Euro für so eine Vibrationsfußplatte, die übrigens fast geräuschlos ist. Die ist ganz, ganz leise. Die wird Sie also auch nicht stören beim Fernsehschauen oder was Sie auch immer nebenher machen wollen. Und hier eine unverbindliche Preisempfehlung von weit über 100 Euro. Dann können Sie bei unseren TV-Sonderpreis natürlich auch noch schätzen. Und Sie sehen, ich bin so richtig tiefenentspannt. Und das können Sie auch sein, wenn Sie sich diese Fußvibrationsplatte nach Hause holen. Und jetzt wird es ja auch wieder wärmer draußen. Und Sie erinnern sich vielleicht noch am Sommer letzten Jahres. Da schwellen ja teilweise die Füße so stark an, dass man gar nicht mehr in die Schuhe reinkommt. Und da ist es eben ganz wichtig, dass die Füße gelockert werden, ausgeschüttelt werden, massiert werden. Und diesen Effekt haben Sie hier bei diesem tollen Vibrationsfußtrainer. Und das jetzt für zu Hause. Überlegen Sie mal, Sie müssen dafür nicht mal mehr außer Haus, was wir ja jetzt eh in dieser Zeit nicht machen sollen. Und günstiger bekommen Sie es definitiv nicht mehr. Das ist richtig. 85,45 Euro, Ihr TV-Sonderpreis exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Und die Bestellnummer, die ist natürlich auch noch ganz wichtig. Das ist die NX 79, 39 und die 569. Ja, die 569. Bitte auf gar keinen Fall vergessen, weil nur damit bekommen Sie auch diesen super günstigen TV-Sonderpreis. Also lockern Sie sich ein bisschen, auch wenn Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. Mit diesem Sitzvibrationstrainer oder mit dieser Vibrationsfußplatte geht das hervorragend. Und ich werde das auch noch eine ganze Zeit genießen. Bei unseren älteren Mitbürgern bewundere ich bei vielem, da kenne ich sogar persönlich einige, ihre Beweglichkeit noch. Und die gehen oftmals in Gymnastikgruppen oder in Tanzgruppen und halten sich damit fit. Das fällt jetzt im Moment leider flach. Und deshalb finde ich jetzt genau für das als Alternative, einen Vibrationstrainer genau das Richtige, um beweglich zu bleiben, um agil zu bleiben. Und du hast uns zwei unserer Spitzenmodelle der herkömmlichen Vibrationstrainer mitgebracht. Und wir beginnen mit diesem wunderbar schönen blauen Modell. Das stimmt. Also egal für welche Platte Sie sich entscheiden, Sie machen alles richtig. Weil hiermit tun Sie etwas für Ihren Körper, ohne da bewusst etwas zu machen. Denn diese Platte trainiert Sie. Das Einzige, was Sie noch tun müssen, ist den ersten Schritt anzurufen und zu bestellen. Und dann werden Sie wirklich merken, wie es Ihnen gut tut. Und das ist ja eben das Besondere. Das ist etwas für Seele, für Körper, für Geist. Gerade jetzt in dieser etwas traurigen Zeit müssen wir uns anspornen. Wir müssen etwas tun. Ich habe zwei verschiedene Platten mitgebracht. Und die blaue, die ist perfekt für all diejenigen, die abnehmen möchten. Denn hier auf dieser Platte, beziehungsweise auf dem Farbdisplay, können Sie sogar sehen, welche Zeit, beziehungsweise wie viele Kalorien Sie aktuell verbrennen. Das machen Sie hier mit dieser Scan-Taste. Die drücken, obala, jetzt habe ich es ausgemacht, die drücken Sie einmal. Oder Sie können das Ganze natürlich auch mithilfe der Fernbedienung steuern. Also hier werden Sie zusätzlich motiviert, weil jetzt eben hier heruntergezählt wird und mir angezeigt wird, wie viele Kalorien ich aktuell verbrauche. Denn ganz viele Menschen haben jetzt Angst davor. Sie wollen natürlich dem folgen, was wir alle hören, nicht mehr rauszugehen. Und dadurch bewegt man sich natürlich auch ein bisschen weniger. Und viele haben Angst davor, zuzunehmen, weil sie vielleicht eh schon Stoffwechselerkrankungen haben, Diabetes, Bluthochdruck. Und sie wissen, sie müssen etwas tun. Und früher hat man vielleicht sich irgendwie, wie du gesagt hast, in Sportgruppen getroffen. Und jetzt fällt das eben weg. Deswegen ist das perfekt für Sie, liebe Zuschauer. Da müssen Sie nicht viel wissen. Sie stellen sich hier einfach drauf. Und da müssen Sie nicht mal mehr die Sportkleidung tragen. Das geht ganz normal in Jeans. Sie können das auch barfuß machen. Hauptsache ist, dass wir etwas tun. Zehn Minuten täglich reichen da vollkommen aus. Und dieses Training ist hier sehr individuell gestaltbar. Sie können hier nämlich sich einfach nur draufstellen. Sie können, wenn Sie das aber wünschen, sogar zusätzlich noch Ihre Arme trainieren. Mit den Trainingsexpandern, die jetzt auch schon gratis mit dabei sind. Das heißt, Armtraining zusätzlich noch. Sie tun etwas für den gesamten Körper. Die Rückenmuskulatur kann gestärkt werden. Natürlich, die Gelenke können hier natürlich geschont oder werden geschont. Sie machen was für den Stoffwechsel, für den Kreislauf. Und das schauen wir uns mal hier in dieser Grafik an. Auch hier natürlich die Durchblutung. Die kann gefördert werden. Aber dann natürlich auch ein wunderbares Training für Ihren Rücken. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir unseren Rücken stärken. Und das ist wirklich in jedem Alter, muss man da etwas tun. Die Gelenke können mobilisiert werden. Auch das ist hier sehr, sehr wichtig. Auch in jedem Alter. Knochenschwund können wir hiermit bekämpfen. Wir tun etwas für den gesamten Körper, für alle Muskelgruppen. Natürlich, die Muskelkraft wird hier enorm angesprochen. Und nicht nur die großen Muskelgruppen, sondern auch die kleinen Muskelgruppen. Weil Sie haben hier ein Gerät, was den gesamten Körper beansprucht. Das ist nicht wie ein Fitnessstudio, wo man immer von Station zu Station läuft und jedes Mal eine Muskelgruppe beansprucht. Hier ist das anders. Hier tun Sie etwas für Ihren gesamten Körper. Und somit sind Sie in 10 Minuten fertig. Klingt toll, oder? Ja, und dementsprechend kann Ihre ganze Familie drauf trainieren. Das ist ja auch was Schönes, dass wir ein Gerät haben, was jeder in der Familie benutzen kann. Weil hier gibt es nicht zu jung, hier gibt es nicht zu alt. Und es gibt auch nicht, ich habe keine Zeit. Den Satz, den können wir sowieso jetzt mal für die nächste Zeit vergessen. Zeit haben wir alle. Also stellen Sie sich drauf. Tun Sie etwas für sich. Es gibt diesen klugen Satz, wer rastet, der rostet. Das stimmt zu 100%. Und jetzt sitzen wir alle zu Hause fest. Und das ist so eine Abwärtsspirale. Du wirst träge, du wirst faul, du bewegst dich noch weniger. Und dementsprechend bist du immer weniger fit, bewegst dich dann in der Abwärtsspirale noch weniger. Und irgendwann sitzen wir nur noch auf dem Sofa. Und das müssen Sie zu Hause verhindern. Machen Sie das mit einem effektiven Vibrationstrainer, den Sie auch noch zu einem unglaublich günstigen TV-Sonderpreis bekommen. Weil Vibrationstrainer in dieser Klasse ab 300 Euro aufwärts. Das ist hier der normale Preis. Nicht bei uns. Bei uns bei Perl TV bekommen Sie natürlich wieder den TV-Sonderpreis von 132,95 Euro. Und der gilt übrigens natürlich wieder exklusiv für Sie, weil Sie im richtigen Moment den richtigen Sender eingeschaltet haben. Aber Anne-Kathrin, an dich die Frage. Da gibt es ja auch überhaupt keine Eingrenzung. Das kann wirklich jeder machen. Auch wenn er nicht mehr so fit ist. Auch wenn er topfit ist. Weil Profisportler benutzen das ja auch. Es ist ein Training für jeden. Also ausnahmslos Schwangere. Da müssen wir klar sagen, Schwangere und Frischoperierte, die sollten das natürlich nicht machen. Aber das versteht sich von selbst. Ansonsten ist das für jeden. Egal welches Alter, egal welches Fitnesslevel, egal wer. Jeder kann hier drauf trainieren. Auch Senioren, die sollten das sogar machen. Schreibt hier natürlich auch ein Fachmagazin, die richtige Vibrationsplatte für Senioren. Gerade im fortgestrittenen Alter ist es umso wichtiger, sich fit zu halten. Denn das Vibrationstraining für Senioren ist eine neue Art des Trainings, die sich immer mehr durchsetzt. Denn gerade bei Senioren ist das ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Muskelapparat wirklich täglich beanspruchen. Denn als Senior, man bewegt sich eben weniger. Und es ist ganz, ganz schnell, dass die Muskeln sich schwinden. Und gerade jetzt, wo wir eben nicht mehr so viel raus können, wo wir uns vielleicht nicht mit Gruppen treffen, um Nordic Walking zu machen oder eben ein bisschen Aerobic oder was auch immer, ist Vibrationsstraining umso wichtiger und wird auch immer beliebter. Also wir haben hier wirklich ganz, ganz viele liebe Stammzuschauer, die auch hier bereits zugegriffen haben und uns sagen, Mensch, wie toll das ist. Und da wollen wir natürlich auch mal einen ganz großen Dank an Sie aussprechen. Wir sind unfassbar stolz, liebe Zuschauer, dass Sie hier zugreifen. Also es ist wirklich was ganz Tolles, was Sie hier gerade machen. Und auch nochmal Danke an diese vielen Zuschriften, die wir auch bekommen. Ja, gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir da auch wirklich zusammenhalten. Weil wir sitzen ja auch irgendwo alle im gleichen Boot und wir sind natürlich gern für Sie da. Schreiben Sie uns auch mal Ihre Trainingserfolge an redaktion.pearl.tv und dann können Sie sich hier wirklich mal auf die Schulter klopfen, weil Sie haben den ersten Schritt getan. Aber wichtig ist natürlich jetzt erstmal anzufangen, anzurufen und zu bestellen. Stimmt's, Ralf? Ja, und das ist ja wohl nicht schwer. Ja, jetzt haben wir die Zeit. In ein paar Tagen ist es dann bei Ihnen. Auch das ist was ganz Wichtiges. Wir versuchen natürlich, die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Und die Produkte sind lieferbar. Das heißt, die kommen in wenigen Tagen dann zu Ihnen und dann beginnen Sie zu Hause zu trainieren. Und auch über die Corona-Krise hinaus trainieren wir dann mit diesem Vibrationstrainer, Vibrationstrainer, weil Sie werden schon nach wenigen Tagen spüren, wie effektiv das Training mit dem Vibrationstrainer ist und werden sich dann natürlich auch dafür begeistern, weil, Anne-Kathrin, man macht ja wirklich nur passives Training. Wir machen gleich weiter mit unserem nächsten Produkt. Aber erst möchte ich Ihnen hier die Bestellnummer noch mal sagen. Für unseren blauen Vibrationstrainer mit genauer Kalorienangabe notieren Sie bitte die Bestellnummer, die NX 59 58 und die 569 und der Preis 132,95 Euro. So, und wer dann noch ein bisschen motivierter und auch willens ist, noch ein bisschen mehr zu machen, sich doch ein bisschen fitter zu machen, der sollte auf das Vibrationstraining der neuesten Generation zurückgreifen. Und da haben wir jetzt wirklich einen innovativen Vibrationstrainer, auf dem Anne-Kathrin jetzt steht. Und der hat hier eine richtig neue Besonderheit drin. Das war 2019 unser Bestseller. Ganz neue Technik, brandaktuell und so beliebt bei allen. Denn das ist ein Klassiker für alle, die sagen, ich möchte jetzt endlich was machen und ich möchte das Gerät das Beste vom Besten. Und das bekommen Sie hiermit. Denn eine neuere Technik gibt es nicht, was Vibrationsplatten betrifft. Denn hier reden wir von einem 3D-Training. Und das ist wirklich das Beste, was Ihnen passieren kann. Und dazu möchte ich Sie gerne mal einladen, auf die Platte direkt zu schauen. Denn einmal haben wir hier eine super breite Fläche. Das heißt, wenn Sie Anfänger sind, dann stellen Sie sich bitte hier in den ganz kleinen Ring. Da ist das Training nicht ganz so anstrengend. Wenn Sie sich dann ein bisschen steigern wollen, dann stellen Sie sich einfach in den mittleren Ring. Und wenn Sie dann fortgeschrittener sind und möchten wirklich das Nonplusultra, dann ist der äußere Ring hier bestens für Sie geeignet. Aber was ist denn jetzt das Besondere? Was heißt denn 3D? Weil vom Prinzip her sieht er erst mal gleich aus. Der hat eben hier diese breite Standfläche und er vibriert. Aber wenn ich jetzt hier auf die Mode-Taste drücke, und das machen wir mal zusammen, dann haben Sie eine ganz neue Technik. Schauen Sie mal, das Training von links nach rechts. Das heißt, hier werden selbst die ganz tief sitzenden Muskelgruppen beansprucht. Und für alle, die das Nonplusultra wollen, und das ist wirklich sensationell, was jetzt passiert, dann werden jetzt alle beide Vibrationsarten miteinander kombiniert. Das heißt, Vibrationen und horizontal und vertikal und natürlich hier diese Bewegung von links nach rechts. Und somit haben Sie ein 3D-Training, wirklich einen tollen Effekt für jede Altersgruppe, für jede Altersklasse. Und das merken Sie natürlich auch, bis in die tiefer liegenden Muskelgruppen. Es ist aber dennoch nicht anstrengend. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Es ist ein Training, was Spaß macht. Sie sehen das ja, wir können hier nebenher trainieren. Ich kann mich mit Ihnen noch unterhalten, ohne dass ich sofort aus der Puste bin. Aber man merkt es wirklich, wie der gesamte Körper gestrafft wird. Und Ralf hat das vorhin schon gesagt. Es ist ein passives Training. Sie machen nichts aktiv. Aktiv wäre, wenn ich jetzt jogge oder wenn ich auf dieser Platte noch etwas mache. Aber Sie machen das ja unbewusst. Die Platte macht alles für mich. Das Einzige, was Sie machen, ist dann irgendwann stolz auf Sie sein und sagen, Ui, die Hose, die passt mir ja wieder. Oder jetzt kann ich endlich mal wieder meine Lieblingshose anziehen. Und das macht wirklich so viel Spaß. Das kann ich Ihnen sagen. Aber wichtig ist auch hier natürlich zuzugreifen. Ja, es ist unser innovativster Vibrationstrainer, den wir derzeit haben mit diesen zwei Motoren. Und dementsprechend auch der effektivste. Und jetzt ist es wichtig, etwas zu tun. Ganz, ganz sicher zu Hause, weil wir verbringen jetzt unglaublich viel Zeit zu Hause. Und dass dieser Vibrationstrainer unglaublich effektiv ist, das sagt nicht nur ich, sondern wir schauen uns auch mal einen Pressebericht dazu an. Und hier sehen wir das deutlich. Natürlich Empfehlung der Redaktion, besonders empfehlenswert, um Muskeln und Koordination wirkungsvoll und vor allem schonend zu stimulieren. Und da sehen Sie das von gesund und fit ist das ein kleiner Tipp. Und dem kann ich mich nur anschließen, weil ich habe in meinem Leben, in der Jugend sehr, sehr viel trainiert. Aber jetzt bin ich so eher der Passivsportler. Ich schaue lieber zu. Aber Vibrationstraining, das bringt so schnell Erfolge mit nur zehn Minuten am Tag. Und das kann man sogar nebenher machen, während man Fernsehen schaut, während man Musik hört. Man kann sogar die Zeitung lesen. Glauben Sie es mir, man merkt gar nicht so richtig, dass man trainiert. Aber nach zehn Minuten hat man ein ganz neues Gefühl. Und Sie werden ganz sicher schon nach den ersten fünf, sechs Tagen Training Veränderungen an Ihrem Körper feststellen. Wir werden beweglicher. Sie werden das auch. Bei uns älteren Herren ist das so. Ich bin ja froh, wenn ich mir unfallfrei die Schuhe binden kann. Glauben Sie mir, auch das geht wieder wesentlich einfacher, wenn man und wenn Sie regelmäßig trainieren. Also gerade für alle, für die jetzt sämtliche sportlichen Tätigkeiten ausfallen, weil nirgends mehr stattfindet, ist das genau das Richtige. Für die Damenwelt, da sind wir ein Problem. Da haben viele Damen damit zu kämpfen, Zellulite. Aber da ist das auch sehr hilfreich, Anne. Es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, gerade wenn Sie Ihre Haut straffen wollen. Denn es ist ja, wie gesagt, ein Training für alles, für alle Körperregionen. Es ist ein wunderbares Ganzkörpertraining. Und das, was Ralf hier gerade macht, sich die Füße lockern, das können Sie auf dieser Platte auch machen. Stellen Sie sich einfach, genau wie Diana hier, die Vibrationsplatte. Und das spielt jetzt gar keine Rolle, welche Sie bereits bestellt haben. Stellen Sie sich einfach vor Ihren Sitz, vor Küchensitz oder natürlich auch hier im Sofa. Und einfach die Beine drauflegen. Dann werden die Waden schön gelockert. Sie können sich damit natürlich auch dehnen. Das heißt, egal wie Sie es machen, Sie machen alles richtig. Sie können sich hiermit dehnen. Sie können sich hiermit lockern. Sie können die Muskulatur straffen. Es ist ein Training für alles. Und das ist sogar in Studien wissenschaftlich belegt, dass das Vibrationstraining wirklich ein ganz, ganz effektives und tolles Training ist, was Sie hier eben machen. Und das ist ja gerade jetzt so wichtig, dass wir eben nicht rosten, wie du gesagt hast. Wer rastet, der rostet. Selbst die Kinder können jetzt nicht mehr auf dem Spielplatz tollen. Und auch die müssen sich natürlich bewegen. Und deswegen ist es ein Training für jeden. Das ist absolut so. Und es ist unglaublich effektiv. Sie selber können die Intensität natürlich selber festlegen. Erstens mal durch Ihren Stand, wie Sie die Füße stellen. Und zum Zweiten natürlich durch die verschiedenen Frequenzbereiche. Und so ist das wirklich vom Anfänger, vom Couch-Potato, wie man so schön sagt, bis zum Vollprofi für jeden geeignet. Das ist die neueste, innovativste Technik durch diese zwei Motoren, die in diesem Gerät drin sind. Und der Preis ist auch wieder, muss ich natürlich noch mal erwähnen, fantastisch. Weil in ähnlicher Ausführung fangen Vibrationstrainer in der Qualität bei normalerweise 500 Euro an. Hier bei uns für gerade mal 237,45 Euro. Das ist natürlich Ihr persönlicher Preis als Pearl-TV-Zuschauer, ganz exklusiv. Und ganz wichtig, kommt dann natürlich auch versandkostenfrei bis vor Ihre Haustüre. Das heißt dann nur noch auspacken, Stecker in die Steckdose und loslegen. Und ich bin mir ganz sicher, Sie werden es lieben, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Und jetzt haben wir ja so viel Zeit. Also es spricht übrigens nichts dagegen, auch zwei- oder dreimal am Tag zehn Minuten draufzustehen, wenn Sie die Zeit dazu haben. Effektiv sind schon zehn Minuten am Tag. Aber ein bisschen Überstunden, das wissen Sie, gerade beim sportlichen Betätigungen, das schadet nie. So wie Sie jetzt Zeit haben. Und Sie werden merken, wie schnell Sie Erfolge erzielen. Nur durch einfaches Draufstehen. Aber Anne-Kathrin, wenn man sich dann wirklich schon ein bisschen fitter fühlt, kann man da ruhig auch noch Übungen drauf machen. Da gibt es ja wirklich die verschiedensten Übungen dazu. Sie können natürlich auch gerne variieren, indem Sie einfach ein bisschen mehr in die Knie gehen. Oder so die Klassiker, die man kennt. Ja, die Squats. Die Squats, genau. Das können Sie natürlich auch machen. Aber vom Prinzip her, das ist so die Grundstellung. Die können Sie einnehmen. Und irgendwann merkt man schon, wie einem das nicht mehr reicht. Wie man plötzlich fitter wird. Und dann kann man wirklich hier so ein bisschen variieren. Sie können dann natürlich auch mal probieren, auf einem Bein zu stehen oder auf dem anderen Bein. Sie können sich hier natürlich auch an den Trainingsexpandern festhalten. Sie haben wir auch wieder gratis mit dabei. Also das ist ja das Schöne. Sie haben die Flexibilität. Sie können das machen, worauf Sie Lust haben. Und das ist eben was ganz, ganz Wichtiges. Nochmal, sich nicht zu bewegen, das kommt nicht in Frage. Und das wissen Sie. Und das müssen wir alle. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen jetzt etwas tun. Sonst endet das wirklich noch ganz, ganz schlimm. Und dieses Training ist eben so individuell. Es kann jeder. Es macht vor allen Dingen Spaß. Sie können das direkt vor Ihrem Fernseher machen. Oder vor Ihrer Lieblingsserie, die Nachrichten. Man kann es eben auch so schön in den Alltag integrieren. Und die Ausrede, ich habe keine Zeit, die gibt es jetzt nicht mehr. Stimmt's? Nein, überhaupt nicht. Weil die 10 Minuten Zeit hat jeder. Und so vor allem jetzt haben wir ganz, ganz viel Zeit. Hier sehen wir natürlich noch mal, was für Zusatzübungen möglich sind. Für Schulter, für den Bizeps. Aber auch um den Rücken zu stärken. Das ist ja allgemein schon so. Übrigens natürlich dementsprechend verhindert es auch, dass Sie des Öfteren mal Rückenverspannungen beziehungsweise Rückenschmerzen haben. Die Beine mit Lockerungsübungen, die Schultern, den Rücken. Alles das kann trainiert werden mit dieser neuesten Technologie, mit den zwei Motoren. Die Bestellnummer für diesen innovativen Vibrations-Trainer ist die NX 59, 57 und die 569. Ganz, ganz wichtig ist, er ist sofort lieferbar und kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen für den TV-Sonderpreis von 237,45 Euro. Sie sehen sich ja zu Hause, auch wenn wir fast schon Hausarrest haben, ein klein wenig zu bewegen, ist gar nicht schwer. Es geht mit unseren Vibrations-Trainern. Und drei hatten wir hier in der Sendung und begonnen haben wir hier mit diesem Fuß-Vibrationsgerät, was ich immer noch, jetzt schon seit einer halben Stunde hier nutze, was auch sehr, sehr angenehm ist. Und es wird gerade auch sehr, sehr stark bestellt, wie wir hören. Also da machen Sie wirklich alles richtig. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das bereits weit bekannte und erfolgreiche Vibrations-Training. Und das jetzt endlich explizit für Ihre Füße. Das wurde eben entwickelt für das Training im Sitzen. Und das ist wirklich ganz, ganz angenehm. Es ist gelenkschonend. Es geht immer überall. Sie können das nebenher machen, im Wohnzimmer, in der Küche, im Büro. Sie können das wirklich überall einsetzen, wenn Sie schwere Beine haben, Wadenkrämpfe. Ich liebe ihn, das kann ich hier wirklich sagen. Und Sie werden ihn auch lieben. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX 7939 und die 569. Der Preis exklusiv für Sie. 85,45 Euro. Und man muss das nicht am Schreibtisch machen. Sie sehen, ich sitze schon die ganze Sendung hier auf unserem Sessel. So, weiter ging es dann natürlich mit unserem Klassiker hier. Der Preis-Leistungs-Sieger kann ich sagen. Unsere extra breiten blauen Vibrationsplatte. Genau, die Platte, die auch für alle, die abnehmen möchten. Das heißt hier Vibrations-Training. Das haben wir gerade erzählt, was das alles kann. Zehn Minuten täglich. Aber diese Platte wird gerne eben von Kunden bestellt, die abnehmen möchten. Weil hier wird Ihnen direkt auf dem Display angezeigt. Und das sehen wir hier gerade schön. Wie viele Kalorien Sie aktuell verbrauchen. Und das ist ja eben ganz, ganz wichtig, dass wir das mal so in der Übersicht behalten. Ein tolles Training mit Trainingsexpandern und die Fernbedienung gibt es ebenfalls mit dazu. Ja, also Sie sehen alles schon im Preis in Begriffen bei 132,95 Euro. Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von über 300 Euro. Da sehen Sie mal, wie günstig wir hier sind. Und Sie notieren für diesen Vibrationstrainer bitte die Bestellnummer, die NX5958 und die 569. Und nochmal, Vibrationstraining ist ein Training für jedes Alter, sogar mittlerweile empfohlen, gerade für Senioren. So, und am Schluss dieser Sendung und auch jetzt wieder haben wir natürlich unseren innovativsten Vibrationstrainer mit den zwei Motoren. Genau, hier brandneue Technik für jeden Anspruch, genau das Richtige. Wir haben hier nämlich zwei Motoren, einmal diese wechselseitige und die 3D-Vibration. Und damit haben Sie ein noch effektiveres Training, gelangen noch schneller zu Ihren Erfolgen. Und es macht einfach nur Spaß, denn hier bekommen Sie wirklich das Beste vom Besten und machen hier wirklich alles richtig. Ja, richtig tun Sie es erst, wenn Sie die richtige Bestellnummer notiert haben. Und das ist hier die NX5957 und die 569. Auch dieser innovativste Vibrationstrainer ist sofort lieferbar und kommt auch noch versandkostenfrei zu Ihnen. Der TV-Sonderpreis hier auch wieder phänomenal, nicht 500 Euro wie die unverbindliche Preisempfehlung, sondern gerade mal 237,45 Euro. Exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. So, jetzt liegt es an Ihnen. Möchten Sie, auch wenn Sie nicht mehr so gut auf den Beinen sind, im Sitzen sich ein bisschen lockern, die Muskulatur stimulieren, die Gelenke lockern, dann nehmen Sie unseren Fuß-Vibrationstrainer, den ich jetzt eine halbe Stunde genutzt habe, oder ist einer der anderen beiden genau der richtige für Sie. Wichtig ist, nicht für welchen Sie sich entscheiden, wichtig ist, dass Sie etwas tun für sich. Heute wichtiger denn je, weil die Bewegung war, ich glaube, so wenig Bewegung wie jetzt im Moment hatte noch keiner von uns. Und dem müssen wir entgegenwirken durch die Krise, durch und auch nach der Krise einfach fit bleiben. Sie sehen, die Mädel strengt sich jetzt nochmal richtig an, die haben auch andere Ziele wie ich Bauch, Beine, Po. Ich will nur fit bleiben und das am besten noch die nächsten 30 Jahre. Das werden Sie auch.